So, dann kriegen wir noch hier mal einen Bonus, naja gut, nicht gerade das Sahnestückchen, aber wenn es 5 Mark kommt, wird es ja auch 2 Mark 50. Wie jetzt, 3, dann kannst du dir einen Hut nahe. Oh, einer fehlt. Nummer 10, hm, das waren sie schon wieder. 117. Und wir möchten mal ein paar Ründchen die Flamme kitzeln. Starten wir mal mit 80. 240. Ah, da kommt schon einer. Los, schiebt noch einer nach. Schade. Und hier ist er. Oh, keine zweite. Dreier wären mal nett. Ja, los, komm. Soll er aussehen, oder wat? Mit. 21. 20. Ja, da sagt er ja alles, oder wat? Ja, da sagt er ja alles, oder wat? 12. 12, kriegen wir so verdoppelt, können wir auf 2 Euro schrauben. Ah, immer müßig eigentlich. Nee, jetzt her. Nee, nee, nee. So, dafür machen wir 2 Euro. So, es wird kalt hier. Mach Feuer. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich warm. Ah, schreckchen. 70. Ja, ja. Jeppi, ja. Ja, ja. wir können immer alles verdrücken nochmal feuer so richtig ausrasten will der hier wohl nicht ich würde sagen wir spielen noch mal was anderes ein paar taler jetzt haben wir ja noch so dann probieren wir noch mal was hier los ist the 80 days travel habe ich schon gesagt also halt sabbeln 3 Euro los toll so weiter weg 16 und wieder runtergesetzt nein 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 2160 ja na wappen denn super die bräuchte öfter in voller bracht wir haben wieder die chance für eine karte 109 los noch ein Schüppchen nein 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 gut das war unsere Reise um die Welt hier da haben wir die naja gut soviel dazu so da brauchen wir ein bisschen Jölze hier das ist schon mal ein Anfang los kaputzen zum Beispiel das ist schon mal ein paar Projekte schulter und die 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 geht doch da hast du viel Müll mit bei so eine Chance haben wir noch nochmal sehr nett die waren doch ja nicht mal so schlecht die Freispiele so dann kriegen wir hier mal eine Runde vier Euro Einsatz wo ist er denn da ist er da komm ein bisschen darfst du ruhig noch Misthaken und heute ziehen wir uns mal hier wunderbar sonst aber machen wir mal 1.20 jetzt mal ja das ist ja das ist 1450 Oh, ist da eh gebaut Yeah Ja! 52, können wir doch schon mal gebrauchen oh! nöööö, na dann machen wir jetzt diesen und da unten geht mehr los haben wir uns jetzt hier wieder arbeitert Ah, komm nicht nachlassen. Einmal Pfeif. Schauen wir doch mal was Pfeifes an. 25. Ah, den 100er, schenkt er uns den. Oha, das macht er spannend hier. Oh, das riechst aus mir. Was kommt? Kommt ihr da hin? Schade, schade, schade. Na ja, 81,50. Immerhin. 22. Oh, nö. Nö, jetzt hab ich hier Lust mehr. Spielwechsel. So, dann wollen wir doch heute mal schauen, was die Pyramide sagt. Los geht's. Ich hoffe, ihr vorbeikommt hier. Ah, aber hier in der Mitte. 59,50. Nehmen wir erstmal mit. Verdrücken können wir immer noch. Los, komm. Ja. 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 36. Schreibt nach einer Karte. Der sieht hoch nach schwarz aus, oder? Ja, ja! Ja. Das war's. Oh, das war's. So, dann wollen wir doch mal 1, 2, 3 Fische an Land ziehen. Hey, hast du mich nicht verstanden oder was? Oha. Oh, den Fetten gibt es. Na ja, immerhin. Wie ein Dickerchen. Na was denn? So, wir drehen meine Wunde los trempeln. Und wollen wir doch mal schauen, ob wir hier was abstaunen können. Los, komm, spendier uns noch eine ordentliche Runde. Na ja. 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 Ich hätte mir ja schon geklemmen können hier. Eieiei! Wow! Das schickt ja fix! Das ist mir also die Hilfe! Schweinerei! Luff! Ja, Mann! Geil! Oh, Tess, Alter! Oh, heftig! Hohohohohohohohohohoho! Schöne Dinge! Alter! Oh, 100 Menschen-Games! Ha, 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 ha! Mega! Boah, geil, geil, geil! Schöne Dinge! Ha, ha! Ja, die Kartoffeln, ja! Krass, ey!